Ja, wir werden die nächsten Wochen mit Panama beschäftigt sein und hoffentlich auch mit dem Skandal der Steuerhinterziehung und der Steueroasen. Niemand, der dieses Thema schon länger verfolgt, kann wirklich überrascht sein, allerhöchstens über das Ausmaß, der Tatbestand, dass in hohem Ausmaß Steuerhinterzogen werden. Über Steueroasen ist ja nichts Neues und das insbesondere Reiche, ihr Geld vom Fiskus in Sicherheit bringen, ist auch nichts Neues. Erschütternd ist höchstens das Ausmaß und wer alles davon betroffen ist, Politiker, Fußballer, Millionäre, Milliardäre, alle möglichen Menschen sind in diesen Skandal mit verwickelt und ich hoffe, dass er noch lange in der Öffentlichkeit bleibt und zwar so lange, bis endlich mal was geschieht, um die Steueroasen tatsächlich trocken zu legen. Wir haben ein paar konkrete Vorschläge, die alle nicht völlig neu sind, aber in der Summe ein Konzept ergeben, wie man mit diesem Problem umgehen kann. Einerseits müsste jetzt völlig klar sein, dass Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik und den Jungferninseln muss umgehend aufgekündigt werden. Das ist da direkt eine Aufforderung zum Steuerbetrug. Wichtig ist, dass diese ganzen Briefkastenfirmen ohne die Mithilfe von Banken niemals möglich wären. Deswegen wiederholen wir unsere Forderung, dass Banken, die wiederholt Beihilfe zur Steuerhinterziehung leisten, die Lizenz entzogen werden muss. Wenn wir das machen würden, würde es in der Tat aufhören. Im Übrigen sieht das Kreditwesengesetz, Paragraf 37, diese Möglichkeit selbst bei einem einmaligen Verstoß schon vor. Also wir hätten schon die gesetzliche Grundlage dazu. Ich glaube, ohne glaubwürdige Androhung werden die Banken nicht aufhören, diese Modelle ihrer zahlungskräftigen Kundschaft gegenüber weiter zu propagieren und die konkreten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Besonders ärgerlich ist, wenn das Banken machen, denen durch die Steuerzahler massiv geholfen wurden, überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Das heißt, wir selber haben das finanziert, dass sie jetzt zur Steuerhinterziehung beitragen können. Das Dritte ist, die Finanzämter müssen in die Lage und die Finanzkontrolleure müssen in die Lage versetzt werden, Steuerhinterziehung überhaupt kontrollieren und aufdecken zu können. Es ist ja gar kein Zufall, dass das jetzt wieder Medien sind und Journalisten sind, die die ganzen Sachen aufklären und die eigentlich zuständigen Behörden zur Aufklärung relativ wenig beitragen. Viertens muss die Bildung von Briefkastenfirmen verboten werden. Ich glaube, das muss international gemacht werden, aber ich habe bisher noch gar kein Argument gehört, was eigentlich dagegen spricht, dass wir sagen, in der Bundesrepublik wird ansässigen Bürgern verboten, Briefkastenfirmen zu eröffnen. Warum sollen wir das nicht machen können? Warum muss man immer verdrösten auf internationale Maßnahmen? Die Briefkastenfirmen haben überhaupt keinen praktischen Wert. Sie dienen ausschließlich dazu, die Finanzgeschäfte und Steuerhinterziehung zu verdunkeln. Es muss aber das Prinzip gelten, dass Finanzgeschäfte transparent sind und dass Firmen, Konstruktionen und Vermögensanlagen, dass sie transparent sind und die Gesellschaft und der Staat auch tatsächlich das nicht durch eigene Recherche offenlegen müssen. Und deswegen müssen Briefkastenfirmen ganz einfach verboten werden. Und völlig klar ist, die Bundesregierung hat sehr viel Energie darauf verwandt, in ganz Europa Austeritätspolitik zu verankern. Sie könnte die gleiche Energie aufwenden, um Steueroasen trocken zu legen. Europa, viele Länder in Europa sind selber Steueroasen. Wir gelten ja auch als ein Land, das durchaus mit einer Steueroase nicht ganz vergleichbar ist, aber irgendwo schon Leute auch bei uns Geld anlegen, um Steuern zu sparen. Also wir müssen eine Initiative machen, eine europäische, damit die Steueroasen in der Tat trockengelegt werden. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange das jetzt anhält. Ich glaube, die öffentliche Debatte darf nicht zur Ruhe kommen, bevor nicht tatsächlich konkrete Schritte zum Austrocknen der Steueroasen gegangen sind. Vorher dürfte die öffentliche Diskussion nicht beendet werden. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir ein Whistleblower-Schutzgesetz brauchen. Wer auf unhaltbare Zustände aufmerksam macht, egal ob in Krankenhäusern, bei Banken, bei Geheimdiensten und so weiter, tut dies zum Wohl der Allgemeinheit und muss einen Orden bekommen und darf nicht zum Verräter abgestempelt werden. Also wir müssen diese Leute ermuntern, weiterzumachen, weil sie offensichtlich bisher die einzigen sind, die tatsächlich diesen Skandal, um den wir da reden, öffentlich machen und aufdecken. Zum Thema Mindestlohn. Kaum ein anderes Land steht wirtschaftlich so gut da wie die Bundesrepublik. 29 Milliarden Überschuss im Bundeshaushalt deuten da nur gering drauf hin. Jetzt hat Großbritannien bekannt gegeben, dass sie den gesetzlichen Mindestlohn sofort auf 9,15 Euro erhöhen wird und perspektivisch in diesem Jahrzehnt noch auf 11,50 Euro. Wir sind beim Mindestlohn an siebter Stelle der Europäischen Union. Darauf können wir nicht stolz sein. Von 8,50 Euro kann kein Mensch in dieser Republik leben, geschweige denn sich eine vernünftige Altersversorgung ansparen. Deswegen darf an dieser Frage nicht gespart werden. Wir brauchen dringend und sofort eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 10 Euro und perspektivisch auf 12 Euro. Im Übrigen gerade im Mutterland des Kapitalismus fangen einzelne Regionen an wie Kalifornien den Mindestlohn von 15 Euro einzuführen. 15 Euro, ja genau, einzuführen. Nee, 15 Dollar. Entschuldigung, habe ich jetzt falsch gesagt. 15 Dollar. Also wir haben da durchaus noch Spielraum auf andere Länder aufzuschließen und anstatt ständig den Mindestlohn weiter zu diskreditieren, wie das jetzt wieder von einzelnen CDU und CSU-Politikern gemacht wird und auch von den Arbeitgebern gemacht wird, immer wieder neue Löcher zu fordern, immer wieder Ausnahmeregelungen zu fordern, sei es für Flüchtlinge oder andere Personengruppen, sollten wir den Mindestlohn dringend erhöhen. Zum Thema Türkei-Deal mit der heutigen Abschiebung der ersten 202 Menschen von den griechischen Inseln in die Türkei ist der schäbige Deal zwischen der EU und der Türkei traurige Realität geworden. Wir haben dieses Abkommen von Anfang an kritisiert. Es schottet die Festung Europa zu Lasten und auf Kosten von Menschenleben weiter ab, ohne dass an den wirklichen Fluchtursachen irgendwas geändert wird. Spätestens mit dem Bekanntwerden, dass die Türkei offensichtlich Menschen zurück nach Syrien abschiebt, hätte das Abkommen umgehend außer Kraft gesetzt werden müssen. Die EU darf definitiv keine Menschen wieder zurück in Kriegsgebiet schicken. Wir unterstützen die Forderung des UN-Flüchtlingswerks UNHCR nach Einzelfallprüfung, den Gruppenabschiebungen verstoßen gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Zahlreiche Flüchtlinge haben in Griechenland Asylanträge gestellt. Doch Griechenland wird weitgehend alleingelassen mit dem ganzen Problem. Es fehlt nach wie vor an Personal, es fehlt an angekündigter Unterstützung, die auch von Deutschland nicht in dem Maße erfolgt, wie es angekündigt wurde. Heute sind die ersten 24 syrischen Flüchtlinge in Deutschland gelandet, die legal direkt aus der Türkei in die Europäische Union einreisen durften. 18 weitere werden heute erwartet. Ein leider passender Vorgeschmack auf die 72.000 Flüchtlinge, die die EU aufnehmen will. Wir bleiben dabei, es braucht dringend eine europäische solidarische Lösung. Dann wäre es wirklich kein Problem, die Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich sage noch mal ganz deutlich, die Zusammenarbeit mit Erdogan muss beendet werden. Erdogan unterdrückt die Pressefreiheit, er führt einen Bürgerkrieg im eigenen Land und er führt auch Krieg in Syrien. All das ist politisch nicht zu rechtfertigen. Und wir werden jetzt erleben, dass auch damit die Flüchtlinge nicht wirklich ferngehalten werden können, sondern die Schleuser eben andere Wege suchen, die häufig riskanter sind als die bisherigen Wege. Wir werden also erleben, dass eben mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken, dass mehr Menschen direkt in Italien ankommen werden. Und deswegen bleiben wir dabei, das EU-Abkommen mit der Türkei muss wieder aufgekündigt werden. Wir brauchen stattdessen legale Wege in die EU und wir brauchen eine solidarische Lösung in Europa und wir brauchen endlich konkrete Schritte, um die Fluchtursachen zu beseitigen.